Was ist ein Thema für die Weiterentwicklung von Val waren kleine Formate? Also nachdem wir die Standards gemacht hatten der typischen Waschbecken, sind wir jetzt in besonders kleine, sparsame, ökonomische Formate gegangen, die aber sehr wichtig sind, gerade im öffentlichen Bereich, im Contract, Gastronomie, aber auch im Privaten, in Gäste, Toiletten. Was ist das kleinstmögliche Format für das Waschbecken mit all dem Komfort und der Funktion, die wichtig ist und die dünne Scherbenstärke ist natürlich prädestiniert für diese Formate. Wir greifen also dieses alte Thema der Konsole auf, die im Becken integriert ist, auch mit dem Relief. Wir greifen asymmetrische Formen nochmal auf. Auch das kommt aus der allerersten Serie von Val und ein sehr spezielles Element, auch mit dem Thema der Asymmetrie, dieser Block und dem eingelassenen runden Waschbecken, war es sozusagen mit der Armatur auf einer Seite noch gleichzeitig so, dass die Konsole die Regalablagefläche bietet. Das sind alles Formen, die jetzt in Produktion gehen werden und eigentlich eine Weiterführung im Sinne des in die Breite gehens der ganzen Ballkollektionen bedeuten. Es gibt noch Accessoires, die sich daraus entwickelt haben, die sozusagen der Toilettenpapierabroller auch aus dem gleichen Material in der ähnlichen Sprache, die sich dann hier sozusagen direkt anschließen kann und sozusagen die Funktion in derselben Produktsprache, in derselben Produktfamilie noch erweitert.